Wieso besteht New Yorks Stadtstruktur aus Blocks? Warum sind die römischen Stadtgründungen für uns heute noch bedeutsam? Und woher kommen eigentlich die Anhängsel in den Städtenamen? All das und viele weitere Fragen beantworten wir euch in diesem Video rund um die Stadtmodelle. Heute soll es um die römische Stadt gehen. Die sogenannten Römerstädte beruhen auf Gründungen aus der Zeit vor Christi Geburt bis ca. Mitte des 5. Jahrhunderts. Bis heute ist es einer der bedeutsamsten Stadttypen, da er sich noch in Stadtsystemen und Namen wiederfinden lässt. Doch woran erkenne ich denn nun eine Römerstadt, wenn ich sie sehe? Ausschlaggebend ist hier vor allem der rechteckige Grundriss, der Marktplatz bzw. das Forum im Zentrum der Stadt, das Straßenkreuz und die dadurch entstehenden Planquadrate, die auch als Insulae bezeichnet werden. Dies ist, wie man vielleicht glauben mag, keine Erfindung der Römer, sondern wurde sich von den antiken Griechen abgeguckt. Besser gesagt von Hippodamus' Theorie des Straßenrasters. Die Struktur ist dadurch gekennzeichnet, dass die Städte auf die Feldlager hin ausgerichtet wurden. An den von dort aus im rechten Winkel zueinander verlaufenden Hauptachsen lagen dann das römische Forum und weitere öffentliche Einrichtungen, wie z.B. das Gericht, die Verwaltung, Tempel, Thermen, Theater etc. Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass der römische Städtebau für diese Zeit sehr gut ausgebaute Straßen aufließ, von einer einheitlichen, regelmäßigen Flurform geprägt war und als weiteres Merkmal die Aquädukte in sich trug. Weiterhin war die gesamte Stadt von einer Stadtmauer umgeben, die die Bewohner der Provinzen vor Angriffen schützen sollte. Sie wies an jedem Achsenende ein Stadttor auf. Die Merkmale beruhen aber nicht auf irgendeiner wahllosen Idee, sondern verfolgten zur Zeit der Gründung einen legitimen Zweck. Diese Planstädte wurden vorwiegend gegründet, um die militärische Macht in besetzten Gebieten zu erhalten und auszubauen, weshalb sie auch überwiegend an römischen Herrstraßen lagen, die sogenannte Via Principalis. So wenig, wie die Idee hinter der römischen Stadt wahllos ist, geht auch mit der Gründung einiges einher. Darunter zählen die durchgeführten Rituale. Demnach befragen die Römer zunächst die Götter, dann erst werden die zukünftigen Grenzen der Stadt abgesteckt, bevor zum Schluss noch ein Opfer gebracht wird. Fassen wir zusammen. Die römische Stadt findet sich auch heute noch in vielen Städten wie zum Beispiel Trier oder Köln wieder. Sie hebt sich vor allem durch das Schachbrettmuster, die Hauptachsen und das Forum im Zentrum ab. Die römische Stadt diente vor allem dem Schutz der Provinz und so auch der Machterhaltung in dem Gebiet. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne ein Like und einen Kommentar da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.